Herzlich Willkommen bei Sana Plastik, Ihrem Profi im Bereich Folientechnik und Schaumstofftechnik. Wir bringen Ihre Ideen in Form. So sind wir der kompetente Ansprechpartner für technische Formteile und Verpackungen aus harten und weichen Schaumstoffen. Dabei begleiten wir den Prozess von der Idee über die Entwicklung mit Prototypenbau bis zur Serienproduktion. In Schaumautomaten entstehen Produkte mit beinahe unbegrenzten Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten. Das Resultat ist überzeugend. Aus Folien fertigen wir hochwertige Produkte für viele Anwendungen, so auch für die Flugzeugindustrie oder die Medizin. Dabei setzen wir auf Verfahren wie maßgerichte Vorkonfektion, Tiefziehen und Hochfrequenzschweißen. Stets ist die geforderte Funktion das Ziel. Schon dreimal schafften es unsere Produkte ins Guinness Buch der Rekorde. Als Inhaber stellen wir ein für Schweizer Qualität und Produktsicherheit. Dazu verhilft uns ein topmotiviertes und kompetentes Team, das unsere traditionsreiche Kultur lebt und für die gemeinsamen Werte einsteht. Wir alle freuen uns auf Ihre Herausforderung. Wir alle freuen uns auf Ihre Herausforderung.